Die Aluhut-Gang ist schuld. Äh, und ihre Anhänge. Alles wird aus Hack gemacht. Hm, da komm ich nicht so einfach rein. Was ist schuld, Schmerz? Was ist schuld, Schmerz? Was ist schuld, Schmerz? Ich sehe gar nichts. Es ist sehr toll, wenn das Licht nicht richtig funktioniert. Ich mache es halt so. Ich bin in der Industrie. 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 Ich muss mich erstmal noch umschauen. Ich überlege noch bis Ende des Jahres. Das habe ich eh noch offen. Ja, das ist echt doof, Keks. Das ist wirklich Mist. Ich bin in der Industrie. 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 Ich bin dafür, dass sie wie bei Fallout ist, dass die Pkw ist ein kleines Kernkraftwerk unter der Haube. Wenn du das sagst, auf die Frage habe ich nur gewartet. London, ich komme. Die ist genau, wirklich genau in meine Fahrt reingeraten. Warum ist sie so doof? Was? Stich? Sie ist noch warm, ja. Oh. 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 Der Alk ist auch keine Lösung. Ich habe dich vollgeklebt. Geil. Wenn es klebt, ich war es nicht. Und Sven, Sven war es. Naja, Nachdingen und Alkohol ist eigentlich keine gute Kombi, finde ich persönlich. Also, wenn man denn noch klar denken kann, okay, aber... Du bist da auch voll eng gesaut. Das war... Ich habe die Wand aus Versehen berührt. Das ist alles auf mich rauf... Ich habe leider keine gute Ausrede. Mist. Oh, das ist alles. Oh, das ist alles. Ach, ich habe einen Code blau. Der bitte Anweisung wieder. Bevor man sich selbst mit dem Arm den Schädel einschlagen will, damit es aufhört. Ähm... Hallo. Nein. Du bist es, nicht wahr? Dead Sack. Hätte ich nie gedacht. Ich sitze hier und hoffe, aber du bist wirklich aufgekreuzt. Super. Ihr habt in Nine Arms wirklich ein Feuer entfacht. Ja, wir haben's drauf. Und scheiß auf Albion, dass sie sich uns in den Weg stellen. Was geht's? Im alten Kraftwerk unter dem Einkaufszentrum geht was sehr seltsames vor sich. Mir ist aufgefallen, dass diese Albion-Boote zu den Docks kommen, okay? Also habe ich mal nachgesehen. Ich bin dahin geschlichen. Das war wie in diesen Agentenfilmen über Geheimgefängnisse im Nahen Osten. Da kam ein Boot und so ein paar Albion-Schläge haben zwei Leute runtergeschleift. Mit Handschellen und schwarzen Säcken über dem Kopf. Verdammte Scheiße. Wart's ab. Ich habe einen der Typen an seinen Klamotten erkannt. Ein Anti-Albion-Aktivist. So ein echter Guerilla, verstehst du? Fuck bro. Hört sich an, als würde das Kraftwerk von Albion als Geheimgefängnis genutzt, oder? Darin werden Leute eingesperrt, die ihre Meinung sagen. Fuck bro? Was? Dead Sack, ihr müsst diesen Leuten helfen und dem Treiben da unten ein Ende bereiten. Und dann erzähle ich es weiter. Ah, okay. Bro, der Ort ist eine Todesfalle. Ich muss hier vorsichtig sein. Ich hasse ihn langsam. Es gibt einen verlassenen Bereich des Kraftwerks, in den man kommt. Ich habe die verfügbaren Beta-Sea-Blaupausen analysiert und die wahrscheinlichste Position dieses Albion-Gefängnisses ausgemacht. Du solltest durch das Kraftwerk reinkommen. Ich bin unterwegs. Ja. Verdammt teurer Monat. Ja, ich weiß ja warum. Ist blöd. Wo komme ich denn da rein? Scheiße. Stöhnen bin ich? Was? Das curse. Das ist das nicht alles. Warte! Das ist das dein Gedankemaß. Die gefühlten Tänkemaß' zu holen. Das ist ein Gedankemaß, das ist ein Gedankemaß. Das ist das Gedankemaß. Es ist dein Gedankemaßes. Das ist das Ting. Hey, Bro. Nein, das musst du jetzt... Nein. Oh, nee. Ich hasse das. Das ist anstrengend. Dankeschön für die 100 Bits. Ich wünsche dir Durchfall. Mit viel Liebe. Das ist eine Skrude Odyssey? Was? Ja, gerade spielen wir Assassin's Creed. Passt gerade mit dem Helm. Das verlassene Kraftwerk. Das Kraftwerk wird bestimmt nicht verlassen sein. Durchfall für alle. Aber das sollte für dich sein, nicht für alle. Nani! Danke für die 400 Bits. Also insgesamt 500. Dankeschön. Jetzt kriegen alle Durchfall. So wie diese Pups-Tanze. Wenn du Durchfall hast und dabei furzen musst. Hä? Wo muss ich hin? Das verlassene Kraft... What? Das ist verwirrend. Inklusive Deal ist. Ich krieg zum Glück kein Durchfall. Was mache ich denn hier gerade überhaupt für eine Aufgabe? Ich bin verwirrt. Hä? Hm. Ich bin verwirrt. Ich bin verwirrt. Warum? Boah, geh doch mal weg hier. Boah, voll im Weg. Wo soll ich denn hin? Scheiße, der ist weg. Er suche Befehl. Hm, ja. Augen offen halten. Er kann überall sein. Überall? Drohne, Suche ausführen. Oh, red einfach nicht. Einfach nicht reden. Rennen und dabei furzen. Das ist lustig. Hast du Erfahrung damit? Da kann man runter anscheinend, oder? Keine Ahnung. Wer nicht? Also, ich bin schon gerannt, aber ich habe dabei nie gepupst. Beim Lachen ist mir schon Dinge passiert. Heute haben wir sehr viele Furzthemen, ne? Also, ich sehe hier nichts. Ich bin sicher, dass wir hier sind. Was zum Teufel? Hm, genau, Jami. Also, nicht absichtlich losrennen. Habe ich es doch gefunden. Ich war etwas verwirrt. Da kommen sie nicht mehr raus, Tyson. Ich bin zu lieb dafür, dass Liz mir Durchfall wünscht. Ich wünsche dir eine Woche richtig fett Sprüh-Durchfall. Mit Liebe. So witzig es auch ist, dich beim Herumgrabschen im Dunkeln zu beobachten, wird das hier wohl nicht funktionieren. Ach was, Mann. Jemand hat hier eine Nachrichtendrohne gelagert. Damit kannst du dich durch das Kraftwerk navigieren. Okay, das ist cool. Okay, das ist cool. Okay, das ist cool. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich finde den Ort hier ist ziemlich ätzend. Eine Runde Darts spielen, okay, das ist doch cool. Gibt es hier irgendwo eine Leiter oder sowas? Ich kann höchstens da wieder hoch. Oh, toll. Warum springt der denn runter? Knallfrosch. Wo soll ich denn hier hin? Hier kann ich ja nicht durch. Ich habe wenigstens Licht machen können. Oh, was ist das denn? Mhm. 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 Mhm.